Ok, warte mal. Papers, Papers, Papers. Können wir die irgendwo zu mir? Äh, papiere die bisherigen Aufträge und vielleicht neue Rekruten zusammenfassen, so wie befehlt der Turm. Äh, zu der bisherigen Erfahrungen zählen die Arbeiten. Wollte jemand helfen? Mhm. Cornelia Stöwesand, äh, ein Treffen mit jemandem auf einem Balkon. Äh, hat er erwähnt, dass sie, äh, nur gehen würde, äh, falls es technische Probleme mit ihrem neuen Meisterwerk geben würde. Doch sie ist nicht sicher, dass die Assistentin jemanden schicken würde, um sie ihm mitzuteilen. Ein Schlüssel für einen Spinnen? Das ist so krul. Du, wirst du, wirst du, wirst du, wirst du, wirst du, wie ein Mann ist ohne seine Gange? Haha, Mann in his Boxen, kreier wie ein Baby. Ach, du Frauen werden nicht mehr, nie mehr, nie mehr. Die Frauen werden nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ssicht, Sicht, Sicht. Sicht, Sicht... Sicht, Sicht, Sicht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Jetzt gehen wir mal kurz in den Spenden gucken. Ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie IO Interactive bei der Planung von Hitman agiert hat. Morgens saßen sie am Tisch, bei einem Kaffee. Alle haben sich getroffen auf... Noch eine leckere Porridge. Und dann haben sie... ...fragte der Director... Wie groß machen wir die Karten? Und die Antwort darauf war... Ja! Wie viele Räume wollen wir? Alle! Wartungspersonal... Hier ist aber noch einer. Ich möchte da gerne reingucken. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was das war. Wollen wir Bananen werfen? Natürlich, Chef! Wollen wir Bananen werfen! Wollen wir Äpfel werfen? Nachla! Nachla! Please, could you go and find out what that was? Sure. Ooooooooh. Ah! Ah! Alles safe. Ich glaube, die unteren Stockwerke müssten wir eigentlich durch haben. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeine Tür erinnern, die ich noch nicht öffnete. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hätte ich gerne in meinem neuen Büro. Okay, wait here. He'll be here shortly. Okay, you must be my new escort. Okay, this all looks very good. I want you to. Let's walk. I need to tell you a bit about what I expect from you. I expect you to be by my side 24-7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important and delicate meeting today, in which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife, and grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut an animal? Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Like trying to stab a rubber ball. Bounces back if you don't stab it correctly. You're almost here. You have to understand. I didn't get where I am by blind faith. Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. With a knife? That's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I want to see your skills. I don't know why, but I've always trusted a man who would throw a knife. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me what you got. Do well, and you work for me. Fail, you get out of here, and I never want to see your face again. That's just obvious half as good as you are. Only time will tell. But I doubt it. You cocky idiot. Nice throw! That was a magnificent performance. I like you. I think we will get along just fine. Oh. You gained his trust. Did I just hear something? What to do with all that power? Why is that happening? Okay, I think I got the right man now. Thank you for your services. I take the rest of the day off. You deserve it. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. You impressed me. You really did. But let's get to work. Some things you should know about me, and this is very much on a need-to-know basis. I am here incognito. So I want you to stay close, but not too close. Especially when we are out in public. If you see a man with a bodyguard, it draws attention. Understood? Yeah, of course you will. Come on, follow me. Sir, we might have a problem. We need to find you somewhere safe. Of course. Either way. We need to find you somewhere safe. You should be safe here. Good. We'll just wait then. Scheiße. Okay. Hello? Is anyone there? Whoa! You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. We're not done yet. Ich kann mich nicht mit meinem IO-Interactive-Account verknüpfen. Ich glaube, die Server sind aktuell down. Na ja, wir haben seinen Aufprall noch nicht gehört. Also ich denke mal, er wird noch, er macht noch seinen Weg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gefällt das Einführungslevel in Hitman 3 besser als in 2, wenn ich das mal so sagen darf. Die Kamera ist egal, die sind schon ausgriffen. Die habe ich schon ausgemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir... Ich würde das gerne mit dem Server drauf machen, aber ich brauche mal kurz einen kleinen Hin dafür. Fenster müssen wir auch noch eröffnen. Bleiben sich hier als Helikopter mit dem Boot. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Fenster, wenn wir... ...schieben werden. Okay, die waren jetzt nicht. Die hatten wir aber auch schon. Vielleicht oben die Fenster? Wie geht's hier? Wir sind gut für jetzt. Aber wir haben nur eine Füße in der Füße-Box über da. Wenn das blöde, wir können noch ein paar Regulärer mit den Lichtern sehen. Die Leute können nicht erkennen. Lucy wird. Sie wird aufgericht. Sie hat eine Perfektion. Ich habe gesagt, wir würden das Problem haben. Sie haben noch nicht gesagt, haben Sie? Ich habe versucht. Aber das ist sie. Sie hat sich das Exhibition gemacht. so kurz mal sehr gerne porter podcast greifen dass sie gut gehen mal ich weiß beim haare schneiden und machen ein bisschen mehr ab dass die kappen auch aufpassen die kappen die kappen ok schluss müssen wir noch einmal penthouse die waren jetzt noch mal kürblich ja mal Oh, come on! Oh? Hello? Is anyone there? Oh, come on! Oh, come on! I've never taken things to such an extreme before. Yes. I promise I'll start attending anger management. I know I have issues. Admittance. That's the first step, right? Anyway, I've locked the golf ball up in the maintenance scrum. Not that many of us have keys. And people tend to stay out of that room anyways. So no one will get hurt. I'll take it home when my shift is over. I love you too. I'll be home as soon as possible. Bye. Oh, that was great. I wish they'd let me wear my earphones. Was it not today's birthday? No, just a bit of foil. No. Yesterday. Good night. Yesterday. Not today. It went to the beach. Yeah. It was so great. I think it was just a little bit crazy. We beat ourselves. We beat ourselves up with some things. We beat ourselves up with some things. It was just a little bit of a trap. Ja, die Leute. Ja, die Leute. tomorrow I'll talk to you later, bye 627 hey das haut nicht hin wie war der code 627 k k k k k k Sir. 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 I wonder if there are any other bloodsucking journalists down there. Please stay back. Sir. 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 Sir.